Martin Gruber, geboren am 29.04.1983, ist verheiratet, Vater von zwei Töchtern und einem Sohn. Ab 2004 Landesvertragsbediensteter, von 2009 bis 2018 Bürgermeister von Kappel am Kappelfeld. Seit 2010 Vizeobmann des Bauernbundes, seit 2013 Bezirksparteiche von St. Veit-Glan, ÖVP-Landesparteiobmann seit April 2018 und seit 12. April 2018 Landesrat für unter anderem ländlichen Raum, Landwirtschaft, ländliches Wegenetz, Straßenbrücken und Radwegebau, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei. Doch jetzt das Porträt von Martin Gruber für Sie im Detail. Mit 25 Jahren wurde er im Jahr 2009 Bürgermeister der Landesgemeinde Kappel am Kappelfeld und damit überhaupt einer der jüngsten Ortschefs Österreichs. 2018 übernahm er quasi über Nacht seine Landespartei, die ÖVP. Als Juniorpartner der Fest mit absoluter Mehrheit herrschenden SPÖ war Gruber zuletzt bemüht, sich ein Profil zu erarbeiten. Die Getränke für die Angelobungsfeier waren schon eingekühlt, als die Koalition von SPÖ und ÖVP im April 2018 mit einem handfesten Zwist in die Zusammenarbeit startete. Nachdem die Koalitionsverhandlungen unter Dach und Fach waren, wurde Parteichef Christian Benger von seiner Partei abgesägt. Gruber übernahm. Seine Referate als Landesrat für ländlichen Raum, Landwirtschaft oder ländliches Wegenetz schienen wie maßgeschneidert für den Nebenerwerbsbauer, der sich gerne bodenständig und am Kappelfeld fest verwurzelt gibt und bei öffentlichen Auftritten je nach Anlass Anzüge oder Trachten zerkost trägt. Gruber, der in seinem Auftritten fast durchgehend einen ruhigen, überlegten Eindruck macht, schafft es auffallend rasch, die internen Machtkämpfe in der Partei zu beenden. Nicht zuletzt wegen der bundespolitischen Entwicklungen sitzt der 39-Jährige unbestritten fest im Sattel. Im Sommer räumte Gruber bei seiner Wiederwahl zum Landesparteiobmann 99,64 Prozent der Stimmen ab. Die Themen, die er bei dieser Gelegenheit ansprach, waren durchaus die Dauerbrenner in der politischen Diskussion des Landes und wohl auch als Abgrenzung von der SPÖ zu verstehen. Denn hin und wieder entsteht der Eindruck, die SPÖ habe mit dem kleinen Partner zu leichtes Spiel. In Sachen Flughafenklagen vortbrachte Gruber gleich zweimal einen Antrag auf Rückübernahme des Flughafens durch die öffentliche Hand ein, wobei die SPÖ den kleinen Koalitionspartner jedes Mal überstimmte. In diesem Zusammenhang wird Gruber von seiner Partei zuletzt auf großflächigen Plakaten als Schützer der Kärntner Interessen vor Investoren inszeniert. Handschlagqualität und ein Herz für die Regionen sind weitere Attribute, die die Partei für Gruber vorgesehen hat, die ihm aber wohl auch politische Mitstreiter bescheinigen würden. Für Applaus von Stammwählern hatte 2022 Grubers Initiative zur Wolfsverordnung gesorgt, mit der die eigentlich streng geschützten Tiere in Kärnten leicht bejagt werden dürfen. Sehr zum Ärger von Naturschützern, versteht sich. Von Wegbegleitern wird Gruber als zielstrebig bezeichnet, als einer, dem Leistung etwas bedeutet und der Verantwortung übernehmen will. Der Lebenslauf des Agrar-Hack-Absolventen widerspricht hier nicht. Über den Gemeinde- und Bauernbund baute sich Gruber sein Netzwerk auf. Schon in jungen Jahren war er in der Landesregierung aktiv, als persönlicher Referent des damaligen Landesrats- und ÖVP-Chefs Josef Martins, den die veruntreuten Hypermillionen in der Birnbacher Affäre um die politische Karriere brachten. Bei der Landtagswahl 2018 war Gruber Spitzenkandidat der ÖVP im Wahlkreis Osten. Er erreichte, obwohl noch nicht an der Spitze der Partei, mit rund 3.300 Vorzugsstimmen das beste Ergebnis aller seiner Parteifreunde. Abzuwarten wird nun bleiben, ob er trotz aktuell schlechter Bedingungen für die Bundespartei das Ergebnis seines landesparteiischen Vorgangers Christian Bänger mit 15,5 Prozent überflügeln wird.